Gehören Sie zu den Top 1% von goldsebershop.de? Heute gebe ich Ihnen einen spannenden Einblick in unsere Geschäftszahlen. Ich verrate Ihnen, wie viele Bestellungen oder Umsatz Sie im Jahr 2022 bei uns goldsebershop.de gemacht haben müssen, um zu den oberen 1% zu gehören. Und wie viel Sie bestellen mussten, um bereits überdurchschnittlich zu sein. Reicht eventuell ein solcher 100-Gramm-Barren von Seehafner aus, um überdurchschnittlich zu sein? Klingt nach einem spannenden Einblick und versprochen, ja, das wird es. Fangen wir aber erst einmal mit einer ganz anderen Statistik an. Nur jeder dritte Zuschauer dieses YouTube-Videos ist auch Abonnent unseres YouTube-Kanals. Ein sehr einfacher Schritt für Sie persönlich, zu unserem Inner Circle von goldsebershop.de zu gehören, ist es also, jetzt unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Erledigt? Vielen Dank, dann geht es jetzt weiter. Bevor wir auf Bestellsummen-Umsatz eingehen, schauen wir auf die Anzahl von Bestellungen, mit denen Sie zu den Top-Kunden von goldsebershop.de gehören. 69,87% aller Kunden, die 2022 bei goldsebershop.de bestellt haben, haben als Neukunden das erste Mal bei uns bestellt. Drei von zehn Privatkunden haben in 2022 mindestens zweimal bei goldsebershop.de bestellt. Der Spitzenreiter kommt sogar auf, Achtung, halten Sie sich fest, sage und schreibe 134 Bestellungen alleine im Jahr 2022. Auch der Kunde auf Platz 2 hat mehr als 100 Bestellungen bei uns in nur einem Jahr getätigt. Wie oft haben Sie im Jahr 2022 bei goldsebershop.de bestellt? Mit nur zwei Bestellungen oder mehr gehören Sie also bereits zu den oberen 30%. Haben Sie sogar viermal oder mehr bestellt, gehören Sie sogar zu den oberen 10%. Fühlt sich gut an, einfach mal so zu den oberen 10% oder 30% zu gehören, nicht wahr? Ob Sie auch unter Berücksichtigung der Bestellwerte noch oben dabei sind, erfahren Sie jetzt gleich. Eine andere lustige Statistik, der schnellste Kunde hat zwischen seiner ersten und der zweiten Bestellung übrigens weniger als eine Stunde sich Zeit gelassen. Im Durchschnitt dauert es rund zwei Monate, bis man zum Wiederholungstäter bei goldsebershop wird und ein weiteres Mal bei uns bestellt. Was für Gründe gibt es eigentlich so häufig bei goldsebershop.de, statt einem anderen E-Lin-Detail-Händler zu bestellen? Ich freue mich natürlich hierbei auf Ihr Feedback in den Kommentaren unter diesem Video. Folgende Argumente fallen mir als Mitgründer, Geschäftsführer und natürlich auch Top-Kunde von goldsebershop.de ein. Und ich freue mich, wenn Sie diese Aufzählung ergänzen. Wir haben nicht nur stets mehrere hunderttausend Barren und Münzen auf Lager und können dementsprechend schnell liefern, sondern auch rund 140 weitere Goldstücke. Unsere zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag ein, Tag aus auf vielfältigste Weise dafür sich einsetzen, dass Sie als geschätzter Goldwert der Kunde vollumfänglich zufrieden sind mit uns und uns weiterempfehlen. Dass unsere Kunden sich auf uns stets verlassen können, zeigt auch unser Bewertungsspiegel bei Trusted Shops auf Basis von über 28.000 Bewertungen. Kommen wir auf ein Sehrgut mit einer durchschnittlichen Note von aktuell 4,87 von 5 Punkten. Vielen, vielen Dank für Ihre Wertschätzung, die Sie dementsprechend uns entgegenbringen. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Apropos Trusted Shops. Übrigens können Sie bei uns mit den Trusted Shops Käuferschutz bestellen. Sollten wir also einmal unser Versprechen nicht einhalten und sie nicht beliefern, springt Trusted Shops ein und erstattet Ihnen Ihren Schaden. Das mussten Sie natürlich bisher nicht und werden Sie auch nicht müssten. Mein großes Ehrenwort. Mehr zum Trusted Shops Käuferschutz finden Sie unter der jetzt eingeblendeten URL. Darüber hinaus sind wir teilweise seit mehr als 10 Jahren jährlich testiger sowie mit Bestnoten bewertet. Beispielhaft sei hier Focus Money, Euro am Sonntag oder auch NTV genannt. Darüber hinaus sind wir Mitglied der LBMA, der London Bullion Market Association, der größte Handelsverband, sage ich jetzt mal, für Edelmetalle weltweit. Seit kurzem auch Mitglied der Fachvereinigung für Edelmetalle und eigentlich mehr oder weniger Seitgrünung im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels. Ab 5000 Euro liefern wir übrigens versandkostenfrei in Deutschland. Kleinere Bestellungen können Sie mit der Sammelbestellung zusammenfassen. So sparen Sie Versandkosten oder zahlen im besten Fall sogar gar keine Versandkosten. Wie das geht, erfahren Sie unter dem jetzt eingeblendeten Video. Es ist eine super Gelegenheit, wenn Sie regelmäßig bei Golds-Lieber-Shop bestellen, aber sagen wir mal vielleicht für nur 100 Euro, 200 Euro oder vielleicht auch 1000 Euro, dass Sie nur einmalig auf Ihre Gesamtbestellungen die tätigen Versandkosten zahlen und dadurch bares Geld sparen können. Zurück zur Frage, ob auch Sie zu den Top 1% Kunden von Golds-Lieber-Shop.de gehören. Wenn Sie in unseren Ladengeschäften in Mainz, in der Rheinstraße 103 oder in Wiesbaden, in der Wilhelmstraße 4 gekauft haben, dann sind Sie in der nachfolgenden Statistik nicht berücksichtigt, da wir keine persönlichen Daten von Ihnen erhoben haben, da Sie ja bis zu 2000 Euro anonym einkaufen konnten. Das Gleiche gilt auch, wenn in Mainz oder Wiesbaden zu weit weg war und Sie bei einem und einem unserer 120 bundesweit aktiven Partner vor Ort eingekauft haben. Wenn Sie sich übrigens für einen Vor-Ort-Kauf interessieren anstatt online, dann besuchen Sie jetzt die eingeblendete URL. Aber nun kommen wir zu den Zahlen. Wenn Sie im Jahr 2022 für 1230 Euro oder weniger bei Golds-Lieber-Shop.de bestellt haben, gehören Sie zu rund 30% aller Kunden, die in Summe jedoch weniger als 1% unseres Gesamtumsatzes beigetragen haben. Möchten Sie zu den Kunden gehören, mit denen wir in Summe mindestens 30% des Umsatzes erzielt haben, hätten Sie im Jahr 2022 für fast das 20-fache, nämlich rund 23.700 Euro bei Golds-Lieber-Shop.de investieren müssen. An dieser Stelle sei erwähnt, mit diesem Einblick möchte ich niemanden in gute oder schlechte Kunden, arme oder reiche einstufen. Bei uns ist jeder Kunde willkommen, egal ob er viel oder wenig Geld zur Verfügung hat, beziehungsweise bei uns viel oder wenig Geld investiert hat. Männlich, weiblich, diverses, aus Deutschland, einem anderen Land stammt oder für oder gegen irgendwelche politischen Ansichten ist. Viel wichtiger ist es fair und respektvoll, miteinander umzugehen und miteinander reden zu können. Einziger Zweck dieses Videos ist es Ihnen, überhaupt einen spannenden Einblick in einer der umsatzstärksten Online-Shops Deutschlands zu geben und Sie mit diesen Zahlen letztendlich zu unterhalten. Eine schöne 50-50-Statistik. Möchten Sie zur oberen Hälfte unserer Kunden gehören, war im Jahr 2022 ein Einkauf bei Golds-Lieber-Shop.de über mindestens 2.970 Euro nötig. Also, um eine Eingangsfrage zu beantworten, wenn Sie einen solchen 100-Gramm-Goldbarren gekauft haben, der zwischen 5.000 und 6.000 Euro kostet, gehören Sie bereits zur oberen Hälfte der Gold-Silber-Shop-Kunden. Dies hinsichtlich der Anzahl der Kunden, die im Jahr 2022 bei uns gekauft haben. Hinsichtlich des Anlagebetrages gehören Sie zu den Kunden, die 50% des Gesamtumsatzes beigesteuert haben, wenn Sie mindestens 70.000 Euro, also für mehr als ein Kilo Gold gekauft haben, was das 23-fache ist. Sie sehen also anhand dieser Zahlen, es gibt eine große Diskrepanz zwischen der bloßen Anzahl der Kunden und dem Anlagebetrag, den die Kunden angelegt haben. Es gibt viele geschätzte Kunden, die in Relation zu unseren absoluten Top-Kunden, auf die ich gleich noch eingehe, kleinere Geldbeträge investieren und wenige Top-Kunden, die sehr hohe Geldbeträge investiert haben. Bevor ich das Geheimnis lüfte, ob Sie zu den Top-1-Prozent-Kunden von Golds-Lieber-Shop.de gehören, schauen wir einmal, wie viel Euro im Jahr 2020 bei Golds-Lieber-Shop.de in Golds-Lieber investiert haben müssen, um zu den oberen 10% zu gehören. Vorher habe ich aber noch eine kleine andere Statistik für Sie. Kalkulatorisch hat etwa jeder 8. Kunde von Golds-Lieber-Shop.de mein Buch Golds-Lieber für Einsteiger bisher gelesen. In diesem Buch geht es darum, wie der Titel schon verrät, was Sie wissen müssen, wenn Sie Gold und Silber kaufen wollen, welche Barren und Münzen sind empfehlenswert, warum sollte man eventuell Gold oder warum sollte man Silbers kaufen, wie sieht das Ganze denn steuerlich aus, wie wählt man überhaupt einen seriösen Edelmetallhändler aus und was machen Sie eigentlich mit Ihrem Gold und den Silber, nachdem Sie es gekauft haben und natürlich auch, was zeichnet denn überhaupt Gold und Silber im Vergleich zu anderen Anlageklassen mit aus. Regulär kostet das Buch 14,90 Euro in jeder Buchhandlung oder bei Amazon. Wenn Sie aber jetzt www.gold-buch.com besuchen, schenke ich Ihnen dieses Buch in gedruckter Form oder E-Book. Sorgen Sie also gemeinsam mit mir dafür, dass nicht nur jede achte Kunde mein Buch Gold und Silber für Einsteiger gelesen hat, sondern vielleicht jeder sechste, fünfte oder vierte Kunde und damit ein breites Wissen in der Bevölkerung zum Thema Edelmetalle vorhanden ist. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die das Buch Gold und Silber für Einsteiger bereits gelesen haben, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dieses Buch weiter empfehlen, Ihr gedrucktes Buch vielleicht weitergeben oder auch andere Personen aus Ihrem Umfeld, bei denen Sie wissen, dass Sie eine ähnliche Ausgangslage haben, wie Sie oder sich für Edelmetalle interessieren, ja, dass Sie Ihnen die URL gold-buch.com weiterempfehlen, damit wir gemeinsam erreichen, dass möglichst viele ein breites Fachwissen zum Thema Edelmetalle haben. Vielen, vielen Dank dafür. Nun aber zur Frage, ob Sie zu den oberen 10%, sprich zu den oberen Top 10% Kunden von goldsevershop.de gehören. Bereits mit einem Anlagebetrag von rund 22.500 Euro im Jahr 2022 haben Sie mehr investiert als 90% aller Kunden bei goldsevershop.de und gehören damit zu unseren oberen 10%. Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns. Jetzt wird es spannend. Wie hoch muss Ihr Kauf im Jahr 2022 gewesen sein, um zu den oberen 1% aller goldsevershop.de Kunden zu gehören? Wenn Ihnen dieser Einblick gefällt und ich Ihnen im Jahr 2023 wiederholen soll, freue ich mich über ein Like sowie einen Kommentar unter diesem Video. Dann sollten Sie aber auch sicherstellen, dass Sie das Video nicht verpassen. Ich möchte daher noch mal kurz eine Statistik erwähnen, die ich eingangs schon mal erwähnt habe. Nur jeder dritte Zuschauer dieses YouTube Videos ist auch Abonnent unseres YouTube Kanal. Deshalb ist es ein sehr einfacher Weg zum Inner Circle von goldsevershop.de zu gehören, indem Sie jetzt unseren YouTube Kanal abonnieren und auch die Glocke anklicken. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass Sie das jetzt erledigt haben und Sie zu dem kleineren Anteil, der jetzt immer größer wird, gehören. Mit rund 140.000 Euro, die Sie im Rahmen einer oder mehrerer Bestellungen bei goldsevershop.de im Jahr 2022 getätigt haben, gehören Sie zu nur 1% unserer Kunden. 99% aller Kunden haben weniger investiert. Hinsichtlich des Anteils am Gesamtumsatz ist es noch schwieriger gewesen, zu den Top 1% zu gehören. Denn allein unser größter Privatkunde hat fast 2% des Gesamtumsatzes von goldsevershop.de erzielt. Wow. Was haben eigentlich die meisten unserer Top 1% Kunden gemeinsam? Sie verfügen natürlich über ein sehr großes Vermögen und sind meist Unternehmer. Eine mittlere zweistellige Anzahl an Kunden haben allein im Jahr 2022 für mehr als eine Million Euro jeweils bei goldsevershop.de Edelmetalle gekauft. Größtenteil zur Lagerung in einem Zollfreilager, um die Mehrwertsteuer bei Silber, Platin oder auch Palladium einzusparen. Denn je größer Ihr Anlagebetrag ist, umso wichtiger ist letztendlich der Platz und natürlich auch eines Steuersparnis. Gerade bei höheren Anlagebeträgen spielt nämlich der Platz für die Aufbewahrung, aber auch die Sicherheit eine enorm große Rolle. Genauso natürlich auch die legale Steueroptimierung, zum Beispiel durch Einsparen der Mehrwertsteuer bei Silber. Denn so bekommen Sie letztendlich mehr Silber für Ihr Geld. Hierzu beraten wir Sie sehr, sehr gerne fachmännisch und individuell. Sowohl in unseren Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden, als auch in unserem Solid Private Value Center, das auch in Wiesbaden zu finden ist. Sowie im Rahmen unserer Solid Premium Beratung, die Sie gerne telefonisch oder per Videokonferenz berät, wenn Ihnen Mainz oder Wiesbaden zu weit weg ist. Für eins waren Sie jetzt, egal auf welchem Weg, ob in Mainz, Wiesbaden, im Solid Private Value Center oder auch mit der Solid Premium Beratung, einen Termin unter der jetzt eingeblendeten URL, beziehungsweise gehen Sie auf goldsebershop.de und klicken Sie dort auf die Navigationspunkt Beratung. Wir freuen uns bereits auf Sie. Vielleicht gehören Sie aber auch nicht zu den privilegierten 1%, sondern eher zur großen Masse der anderen 99%. Dann sei Ihnen verraten, dass bereits ab 25 Euro im Monat es möglich ist, Silber, Platin und Palladium ohne Mehrwertsteuer zu kaufen. Bei Gold ist das sowieso der Fall. Gold ist mehrwertsteuerfrei, aber bei Silber, Platin und Palladium fällt diese üblicherweise an und Sie können diese im Rahmen eines Sparplans ab 25 Euro auch bereits bei uns einsparen. Das geht übrigens alles beim laut Focus Money seit vielen, vielen Jahren besten Goldsparplan. Mehr Informationen dazu finden Sie unter der jetzt eingeblendeten URL, beziehungsweise auf goldsebershop.de unter der Rubrik Sparplan. Eine Individual- und Einzelverwahrung in einem Zollfreilager in der Schweiz bieten wir bereits ab 5.000 Euro und ab 100.000 Euro auch einen Lichtenstein an. Seit kurzem können Sie Silber im Rahmen des Wertelagers übrigens direkt online bei goldsebershop.de mehrwertsteuerfrei kaufen. Mehr Informationen finden Sie auch unter der Rubrik Wertelager, die Sie auf goldsilbershop.de finden und insbesondere in dem jetzt eingeblendeten Video, in dem ich Ihnen das noch ganz genauer erkläre. Egal, ob Sie nur für wenige Euro oder gar für einen Millionenbetrag bei goldsilbershop.de gekauft haben. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ohne Sie, unsere goldwerden Kunden, wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Ich danke Ihnen auch im Namen meiner Mitgründer und Mitgesellschaften recht herzlich dafür. Denn was viele nicht wissen, obwohl wir zu den größten Onlineshops in Deutschland gehören und eine der marktführenden E-Metallhändler in Deutschland sind, sind wir ein Inhaber bzw. Gründer geführtes Unternehmen. Meine beiden Mitgründer und Mitgesellschafter sind mittlerweile nicht mehr die einzigen, aber die Mitgründer. Robert und Thomas kenne ich bereits seit der fünften Klasse, also seit über 30 Jahren. Seit mehr als über 20 Jahren sind wir gemeinsame Unternehmer. Über einen solchen langen Zeitraum erlebt man goldene Zeiten, aber natürlich welche, die dunkel sind, wie schwarz angelaufenes Silber. Als Unternehmer ist man auf eine breite und vor allem loyale Kundenbasis angewiesen, damit man stets Glanzzeiten hat. Und jeder einzelne Kunde hat, genau wie unsere Mitarbeiter, dazu ein wesentliches Stück beigetragen. Deshalb nochmals von Herzen vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich zum Abschluss, Sie bald wieder bei YouTube sehen zu können und erst recht natürlich, wenn Sie wieder einmal bei goldsilbershop.de bestellen und uns auch berücksichtigen, wenn Sie sich wieder von den Edelmetallbeständen trennen wollen. Denn wir verkaufen nicht nur Edelmetallbestände, sondern wir kaufen sehr gerne Ihr Gold und Silber. Egal, ob es Barrenmünzen oder Altgold, Zähneketten, Schmuck oder ähnliches ist, das Sie nicht einmal brauchen. Also vielen Dank dafür, für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie geschätzter Kunde von goldsilbershop.de sind und ich freue mich auf Ihre Kommentare unter diesem Video und natürlich auch, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es mir gelungen ist, Sie zu unterhalten. Danke, bis bald! Zähneketten